Einen der drei Kandidaten begrüße ich live im Extra-Leich-Studio. Herzlich willkommen, Thomas Spahn. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Jeden Tag aufs Neue. Schade, dass beim Wettlauf um den CDU-Parteivorsitz aus dem Dreikampf so schnell ein Zweikampf geworden ist. Ja, das stimmt, das bedauere ich auch sehr. Aber man muss sich am Ende des Tages auch als guter Verlierer zeigen können. Große Worte. Friedrich Merz ist auch in der zweiten Reihe wichtig. Ah! Tatsächlich? Absolut. Ein Friedrich Merz wird immer unter mir dienen dürfen. Wenn ich Kanzler bin, werde ich ihn zum Sonderbeauftragten machen. Für Grundrechtsfragen von Migranten. Friedrich Merz als Sonderbeauftragten für Grundrechtsfragen. Ja, dann kann er immer direkt in Syrien vor Ort arbeiten. Muss gar nicht so oft nach Berlin kommen. Also win-win. Damit sind wir schon mitten im Thema. Sie und Friedrich Merz liefern sich gerade bei den Flüchtlingsthemen um so eine Art Wettstreit, kann das sein? Absolut. Ich habe immer gesagt, das wird ein hartes Rennen um den Vorsitz der CDU. Sie hatten ja gefordert, den UN-Migrationspakt neu zu diskutieren. Na ja, ich habe gefordert, dass wir über alles diskutieren. Schauen Sie, ich finde, es ist nicht gut, wenn man das Gefühl hat, dass da etwas im Verborgenen bleibt. Aber ist das nicht Populismus? Peter Altmaier hat ja erzählt, als es noch intern im Kreis der Minister besprochen wurde, hätten Sie wohl gar nichts dagegen gehabt. Das sollte im Verborgenen bleiben. Und dann hat Friedrich Merz noch mal einen draufgesetzt und hat gesagt, das Grundrecht auf Asyl müsse grundsätzlich noch mal infrage gestellt werden. Wie geht es weiter? Wollen Sie das jetzt noch mal toppen? Ja, natürlich. Ich werde fordern, dass wir ab sofort noch so viele Flüchtlinge aufnehmen, wie auf einen Bierdeckel passen. Aha. Moment mal, aber das Bierdeckel-Thema war ja von Friedrich Merz. Ja und, das Flüchtlingsthema war eigentlich von mir. Aber ist das nicht Kontraproduktiv? Lassen Sie uns doch mal über die reden, die Ihnen im Weg steht. Ach so, ja, meine Bescheidenheit. Das ist ein Problem. Nein, 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 ich ... Ja, ja ... Annegret Kramp-Karrenbauer. Ah, ja, schon mal gehört. Annegret Kramp-Karrenbauer liegt vorn in den Umfragen. Möglicherweise auch gerade, weil Sie sich jetzt mit Friedrich Merz duellieren. Sie sind da irgendwie zwei auf der einen Seite und sie ist eine auf der anderen Seite. Ist das nicht auch eine Überlastung des rechten Flügels? Nein, ist es nicht. Ich hab zu Hause einen Weihnachtsengel, der hat sogar zwei rechte Flügel. Tatsächlich? Es kommt immer drauf an, von welcher Seite man ihn betrachtet. Äh ... Gut, äh ... Denken Sie mal drüber nach. Ich frag noch mal anders, Herr Spahn. Ich frag mal ganz direkt. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, eventuell sich zurückzuziehen? Nein. Aber es geht ja auch gar nicht so sehr um den Vorsitz. Es geht vor allem darum, wer am Ende des Tages die besten Chancen hat, Kanzler zu werden. Ähm, und da bin ich im Vergleich relativ weit vorn. Im Vergleich zu wem? Zu Andrea Nahles. Ach, tatsächlich? Ist das so? Sie, ja? Sie liegen vor Andrea Nahles? Ja. In den Umfragen liegt Jens Spahn vor Andrea Nahles? Bei der Frage, wer soll Kanzler werden, ähm, Nahles oder Spahn, entscheiden sich derzeit 14 Prozent für Nahles und 19 Prozent für Spahn. Und die anderen 67 Prozent? Für das Oder. Vielen Dank, Jens Spahn. Vielen Dank. Vielen Dank.